So, passen Sie auf, ich habe Post bekommen. Und zwar hier, äh, schöne Grüße aus Bahmen. Und da bin ich direkt ins meine Bar mit hingefahren, um zu gucken, wer mir da so schöne Grüße schickt. Das kam nämlich von dem Geschäft Rosenhelm. Und da wollen wir jetzt mal reingucken. Komm mal mit. Oh, um Himmels Willen. Mit den Türens ist das aber so eine Sache. So, da wollen wir mal schauen. Ah, ne, guck mal hier. So, ne, das ist aber auch schön hier. Ach, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal da. Guck mal hier. Guck mal da. Oh, guck mal, da krieg ich hier ein Säckchen angeboten. Ah, guck mal, guck mal, und farblich? Sind das Rosen? Das sind Rosen hier. Ja, da die wohl schöne Grüße verschicken, da kann ich verschicken. Guck mal hier. Oh, geht schon. Es geht schon. So, warte. Guck mal, und ich hab nix umgeschmissen. Bitte? Das ist ein bisschen kurz, oder? Ja, das ist ein bisschen kurz noch. Ach, kannst du, guck mal, vorstellen kannst du das auch. Guck mal, guck mal, oh, guck mal, oh, guck mal, guck mal, was meinst du? Was wir hier für herrlichste Römskes haben. Ne, was herrlich. Oh, guck mal. Hör mal. Guck mal. Guck mal, ein herrlich Säckchen. Guck mal, guck mal. Wunderbar, guck mal. Oh, guck mal, guck mal. Oh, guck mal. Guck mal. So. Na, was sagst du? Hä? Das nehm ich mir mit. Das nehm ich mit. Das nehm ich aber mit. So, und das noch hier. Ja. So, und weißt du was? Dann mach ich es mir jetzt auch zu Hause. Alles schön. Das nehm ich mir jetzt auch zu Hause. Und?